Bereits zum zweiten Mal findet vom 18. bis 22. August in der St. Jakobs Arena das Basel-Summer-Eishockey statt. Neben dem Titelverteidiger SK St. Petersburg kämpfen auch Baris Astana, der HC Slovan Bratislava, der HC Iton Pardubice, Genf Servet und die EHC Basel Sharks und Emil Hanschin Stoffi. Wir zeigen euch auserwählte Spiele vom 18. bis 22. August live auf dem SSF. Präsentiert von Courtyard by Marriott Basel Schwarz und Partner AG Simt24.ch Und HP Gerber Pannedienst AG S S S Untertitelung des ZDF, 2020